Und jetzt geht die Show so richtig los mit einer beeindruckenden Projektion auf der Statue, die die Bühne krönt. Die überdimensionale Live-Plus-Figur wacht wie ein Konferencier über das Geschehen der revueartig gehaltenen Showkuppel. Zugleich wird die Statue durch modernste Technik des aufwändigen 3D-Mapping von subtil bis hin zur kompletten Zerstörung von Opium-Effekt inszeniert. Z-Designerin Amma Bergmann hat diese imposante Bühne gestaltet. Jetzt wird es so richtig cool. Gerade waren wir noch am Rathausplatz in Wien. Jetzt sind wir schon in Metropolis. Die berühmteste Szene, die Hure von Babylon, wird jetzt dargestellt von der japanischen Breakdancerin Aya Sato. Metropolis, der legendäre visionäre Stummfilm von Fritz Lang, 1925-26 gedreht. Schauplatz ist eine futuristische Großstadt mit ausgeprägter Zweiklassengesellschaft. Dieser Science-Fiction-Film war der erste seiner Genres in Spielfilmlänge. Er ist einer der teuersten Filme der damaligen Zeit und gilt als eines der bedeutendsten Werke der Filmgeschichte. Metropolis ist ein unglaublich visionärer Film. Eine ganze Gesellschaft wird beeinflusst und unterjocht und missbraucht von ein paar Oberen. Eine Warnung. Wer im Gleichschritt mitläuft, landet irgendwann in einer Diktatur. Erkenne die Gefahr. Recognize the danger. Frankenstein aus der Radio. Stummfilm-Action am Wiener Rathausplatz. Die Musik wurde heuer wieder von Beat4Fit überarbeitet. Amen.